Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Pünktlich wären wir. Jetzt müssen wir noch einen Parkplatz finden. Dort ist gerade einer frei. Kannst du dort reinfahren. Hä? Wieso kannst du nicht dort reinfahren? Wo ist es kein Platz? Wenn der Mercedes-Platz hat, wirst du mit dem Göppel wohl auch reinkommen. Wo fährst du jetzt wieder her? In die blauen Zonen? Ja, das ist immer das Gleiche. Du fährst wieder in die blauen Zonen. Wie hätte man da wunderbar einen Parkplatz gehabt? Nein, der Kring gibt es ihm nicht so. Nein, die Türen kennen wir besser. Dann fahrt man den ganzen Klammer ab. Dann kannst du wissen, wie der Glieder hier am Abend ist. Das Gleiche ist, statt dass man hier parkiert hat. Schau dir dann auf der anderen Strassenseite. Wird einer frei. Fahr doch dort rüber. Wieso kannst du nicht dort rüberfahren? Wegen der Sicherheitsleute? Ja komm, wenn es so seicht, das sieht doch niemand an. Da musst du auch etwas offensiv fahren, oder? Stopp, stopp, stopp. Der, der hier zu laufen kommt, hat ja schon den Autoschlüssel in der Hand. Der hat wahrscheinlich hier irgendwo parkiert. Schön ruhig hier warten. Schön einfach warten. Ganz ruhig. Hä? Was meinst du? Welchen hinter uns? Hinter uns? Aha ja, der soll an warten. Schau, jetzt steig rein. Schau, jetzt steig rein. Jetzt haben wir aber einen guten Parkplatz. Hey, was nuscht jetzt da noch in seinem Handschuhfach hin? Was nuscht jetzt da noch? Oh, jetzt legt er noch einen Hut an. Schau jetzt. Fahr mit der Haut, das stimmt mir gut. Hä? Hey, fahr doch mal vorne da hinten. Sonst auch blöd da hinten steig. Oh, nicht rauf. Nicht dürfen verlieren. Schön ruhig bleiben, ganz ruhig. Oh, schau, jetzt muss er noch die Sicherheitsgurte verstellen. Dann war er wieder fressen. Hey, hey. Schau mal, wie der kompliziert in eine Sicherheitsgurte rein schläft. Legt's ja eigentlich auch falsch, ihr Mann, dort. Fahr mal vorne da hinten. So blöd immer da hinten schon. Nur nicht aufregen. Nur nicht aufregen. Schön ruhig bleiben. Was macht ihr jetzt? Jetzt lasst ihr das Motorchen laufen. Schau jetzt. Ja, jetzt läuft das Motorchen. Schau mal, wie eine Freude hat. Ja, ja. Und jetzt hinten schauen. Ja, kann nichts da hinten. Noch einmal hinten schauen. Kommt immer noch nichts. Warte, bis etwas kommt. So, jetzt fahr mal vorne da hinten. Und dann steht da so selber da hinten. Haupe mal rückwärts. So. Und jetzt. Jetzt wird er rausfahren. Ja. Jetzt wird er rausfahren. Und rausfahren. Und Adi fahren. Ja, ja. Argauer. So. 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 Los. So. Lebhafter. Und jetzt Catalina. So. Dann artifacts환. Vielen Dank.